Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler 1740 TK. Wir haben jetzt eine Temperatur drin von etwa minus 19 Grad. Das schauen wir uns aus der Nähe an. Wir sehen, wir haben hier eine Temperatur von minus 20 Grad. Wir können hier über die Taste SET zweimal drücken, sehen wir die eingestellte Temperatur minus 23 Grad. Dann sehen wir hier weiter das Netzgerät und die Zuleitung, die kommt hier übers Dach. Und das Kühlaggregat sitzt hier im Eck. Ja, so sieht dieser Transcooler aus. Von innen, wenn ich also, hier habe ich Türkontaktschalter, sobald die Tür aufgeht, geht der Lüfter aus. Die Füße werden schon bereits kalt, weil die minus 20 Gradige Luft strömt raus. Das Datenblatt von den Maßen, das verlinke ich euch unten drin. Ja, das ist im Prinzip anstelle von einem Tiefkühlfahrzeug so ein Transcooler TK hinten reinstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.